Sailor Moon Fans aufgepasst! Auf der Animagic 2016 veranstalten wir in Kooperation mit der Animagic Kase Deutschland, Viguya und Animax das Sailor Moon Cosplay Happening. Du bist im Sailor Moon Cosplay da? Dein Herz pocht für die Serie und du möchtest zusammen mit anderen Fans dein Fan-Dasan ausleben? Na dann komm zu uns! Auf der Outdoor Stage veranstalten wir das Sailor Moon Cosplay Happening. Präsentiere dich in deinem Sailor Moon Cosplay. Stelle dich witzigen Spielchen und erhalte als Dankeschön coole Geschenke. Infos zur Teilnahme bekommst du auf www.moon-happening.de Schau vorbei! Ansonsten wirst du im Namen des Mondes bestraft! Wir freuen uns auf dich!